Hallo Leute, wie ihr wisst, es ist gerade Urlaub, Saisonpause. Ich habe mich aber trotzdem heute dazu entschlossen ein bisschen was für meine Fitness zu tun. Das ist der Juri. Grüßt euch. Servus. Kurz zur Erklärung, wir werden heute einen kleinen Fitnessparcours absolvieren. Trimm dich Pfad. Ich werde heute richtig herangenommen. Ich muss die Übungen absolvieren. Ich bin der Proband. Jetzt lache ich noch. Mal schauen wie es später aussieht. Dann legen wir los. Drückt mir die Daumen. Ja, vor allem diese Unebenheiten am Boden, die sind auch überragend. Nur wenn Sepp hier hinter der Kamera, der wackelt dann ein bisschen. Okay, passt. Bist du warm? Klar. Lauf mal los, oder? Wunderbar. Jetzt kommt meine Stärke. Spannende Musik. Musik 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 Du musst da oben jetzt so einblenden, Kilometer 18. Flexibility, Zeppi, wir können gerne mal tauschen. Da war hier die Kamera. Für mich war das ja jetzt schon fast ein perfektes Workout. Aber ich habe mir sagen lassen, du hast noch weiteres geplant. Ja, lass uns mal ein paar Tricks auspacken. Wir werden jetzt ein kleines Bodyweight Training machen. Mit dem eigenen Körpergewicht, ein bisschen Klimmzüge, Liegestütze. Und ich zeige dir dann mal ein paar kleine Tricks, wie das die Sperre macht. Deine Location finde ich auf jeden Fall überragend. Ja, wunderbar. Ist auch was fürs Auge dabei. Da trainiert man gerne. Aber ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Einmal aktiv, das was wir eben gemacht haben. Dann ziehst du hoch, hältst mal eine Sekunde und arbeitest vier Sekunden langsam. Das heißt, das mache ich einmal. Ja, Streber. Aber deswegen ist das ja auch mein Coach. Du musst ja von den Besten lernen. Von den Besten musst du lernen. Wenn du das nicht glaubst, hast du mit dir. Ja. Ja. Jetzt hast du schreckliche. Du musst ja auch in die Nacht. Dass du dich jetzt. Wenn du das nicht vermitteln willst. Du musst ja auch in die Nacht. Du bist ja auch in die Nacht. Wie ofteping. Du kannst dich auch in die Nacht. Du kannst ja auch in die Nachts nicht mehr. Das ist das auch in die Nacht. Du musst ja auch in die Nacht zu fahren. Okay, starkes Dingsfuß. Leute, probiert mal auf Distanz zu gehen. Statt eure Wiederholung zu zählen, probiert ihr mal 10 Meter, dann 20 Meter, dann 30 Meter. Oder 30 Meter. Da hätte ich aber gern Videos davon. Dass er dann 30 Meter macht. Alles gut. Ja, da bin ich auch noch kurz. Danke dir. Super. Ja, ich merke schon, wir haben jetzt schon gut was getan. Also überall ist schon so ein bisschen Spannung drauf. Ja, dann machen wir jetzt nochmal so eine kleine Challenge hier, oder? Ja, nachlassen gibt es nicht. Alright, fangen wir mal hier mit an. Okay. Einfach unten anfangen. Zack, 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 zack. Mit der verarschen. Vor allem dieses im Sitzen anfangen. Habt ihr den Unterschied bemerkt? Beim Jodi fangen keine Beine dabei. So, jetzt geht's zum Boxen. Jetzt bleib mal so still. Ja, hast meine Spannweite unterschätzt wieder. Und einmal noch hier so hoch. Ja, Jodi, danke. Für mich war's das. Ja, war mir eine Idee. Ciao. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig.